Netflix hat kürzlich die Kochserie von Meghan Markle eingestellt und sich auf Plagiatsvorwürfe mit Ähnlichkeiten zum Kochfilm von Paris Hilton berufen. Archival Productions, die von Prince Harry und Meghan Markle gegründete Produktionsfirma, gab diese Ankündigung am 11. April bekannt. Die beiden Sachbuchserien befinden sich noch im Anfangsstadium der Produktion, wie Deadline als erstes Unternehmen berichtete. Der Herzog und die Herzogin von Sussex unterzeichnen 2020 einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix. Unter ihrem Banner Archival Productions wollen sie Inhalte erstellen, die zum Nachdenken anregen und vielfältige Erzählungen beleuchten, die gemeinsame Menschlichkeit betonen und die Gemeinschaft feiern. Zu ihren früheren Veröffentlichungen gehören Heart of Invictus, eine Serie über die Invictus Games, und ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Nelson Mandela Foundation mit dem Titel Live to Lead. Meghan, die im März 2024 ihre Marke American Riviera Urchat Lifestyle auf den Markt brachte, wird die Kochschöpferin und ausführende Produzentin der kommenden Serie sein. Die Show wird die Freuden des Kochens, der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft erkunden. Anthony Burden-Parts-Anon-Regisseur Michael Stietz sollte bei der Serie Regie führen. Während die Veröffentlichungstermine und Titel der Projekte noch nicht bekannt gegeben wurden, erwähnte Archival, dass in den kommenden Monaten weitere Ankündigungen erfolgen werden. Es ist erwähnenswert, dass die Tatsache, dass sie sich in einem frühen Produktionsstadium befindet, bedeutet, dass Meghan noch nicht hauptberuflich an dem Projekt beteiligt ist. Die für die Fertigstellung der Serie benötigte Zeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Pressemitteilung dient Meghan jedoch dazu, Interesse zu wecken und möglicherweise einen Deal mit Netflix abzuschließen. Darüber hinaus wurde Meghan beschuldigt, die kulinarische Serie Cooking with Paris von Paris Hilton kopiert zu haben. Paris Hilton, in manchen Kreisen als Herzogin von Amerika bekannt, hatte zuvor eine Kochshow auf Netflix mit einem ähnlichen Konzept, mit Kostümen, hochkarätigen Gästen und extravaganten Promierenpartys. Die erfolgreiche Karriere von Paris Hilton basiert auf ihrer einzigartigen Persönlichkeit und sie ist durch ihre eigenen Bemühungen finanziell unabhängig geworden. Gerüchten zufolge hat Netflix die Meghans Serie ausgesetzt, nachdem es Ähnlichkeiten im Drehbuch mit der Serie von Paris Hilton entdeckt hatte. Der Streamingdienst hat berichtet, dass er Meghan Zeit gibt, Änderungen vorzunehmen. Es ist erwähnenswert, dass Meghan keine formelle Koch-Ausbildung hat, da sie nie an einer Kochschule teilgenommen oder als professionelle Köchin gearbeitet hat. Wenn ihre Show es auf Netflix schafft, würde Meghan wahrscheinlich wohlhabende Personen einladen, ihre Kochkünste zu demonstrieren und über ihr normales Leben zu sprechen, wobei der Schwerpunkt auf den Themen Mitgefühl und Freundlichkeit legt. Es bleibt jedoch ungewiss, ob es ihr gelingen wird, prominente Gäste zu gewinnen, da sie Kritik ausgesetzt war und ein angespanntes Verhältnis zu einigen in der Hollywood-Branche hat. Während Paris Hilton über beträchtlichen Reichtum, Bekanntheitsgrad und etablierte Verbindungen in Hollywood verfügt, könnte Meghan Zweck, den gleichen Erfolg zu erreichen, eine Herausforderung sein. Die Erfolge von Paris Hilton werden ihrem Geschäftssinn, ihrer harten Arbeit und ihrer authentischen Persönlichkeit zugeschrieben. Sie war die meiste, wenn nicht sogar die gesamte Zeit ihres Erwachsenenlebens finanziell unabhängig. Paris Hilton verdiente bereits im Alter von 16 Jahren Geld mit Club-Auftritten und stellte damit ihr Charisma und ihren Unternehmergeist unter Beweis.